Das 100 Vf1 war das Finale 1954 gegen Ungarn. Nein, ein frühes Tour der Ungarn, ein sehr großer Luch. Das kann nicht sein, dass zwei getoffen sind. War das schon? Das Erdkopfdeutsch und ist das das Comeback? Oh, 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 oh! Ratschi, ich saß laut! Ach, Mann, jetzt schwer schnelles Tor. Was ist ein Schlussvorgang, da ist das pleite Zalt! Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh.